Heute Vormittag beschließen wir den Strand mal Richtung Norden hinauf zu wandern. Wir stellen dabei fest, dass es viele neue Ressorts und viele neue Restaurants gibt. Ganz oben finden wir eine nette kleine Bucht. Doris ist natürlich immer auf der Suche nach Muscheln. Nachmittags treffen Renate und Dieter ein. Wir verabreden uns zu einem gemeinsamen Abendessen im Golden Sea. Und Le ist ziemlich überrascht uns zusammen zu sehen. Renate und Dieter sind schon zum fünften Mal in Myanmar. Sie haben uns damals per Internet viele gute Tipps für unsere erste Reise nach Myanmar gegeben. Außerdem haben sie Le und seiner Frau bei ihrer komplizierten Geburt des Kindes ein wenig unter die Arme gegriffen. Und nun haben wir uns endlich persönlich kennengelernt. Bevor wir uns zur Nachtruhe begeben, würde Lees Sohn gerne noch in Dieters Fußstatten treten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.